Hier sehen wir eine Schonkabine, Union Suite für vier Personen, Kategorie SD. Das ist natürlich ein sehr schönes Fuß. Manche bis zu der Kulpertin. Eine Sitzecke und zwei Schömelinen. Und hat man schön hinten raus. Die ist echt toll. Die ist echt superschön. Die Unibar. Kaffee marschieren. Was ist das? Die Badewanne mit Walpuhl. Ja, superschön. Badewanne mit Walpuhl. Eine schöne Dusche. Zwei Waschbecken, das ist natürlich auch schön. Und hier nochmal ein kleines, was sagen wir mal, der Eingang. Und hier haben wir dann eine separaten Kerlette, die wir dann... Moment. Winschen, ich halte es doch zu. Winschen. Ich halte es doch zu. Moment.